hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play projekt hier auf meinem kanal ich habe gerade das mikrobüse zu dich an meinen mund gehalten das würde sich eben ziemlich ganz schön an und zwar zu sims city ja das neue zu sims city mit den kleinen gebieten und 5 ist dass wir machen einfach mal spielen und machen hier ein neues gebietchen so wir haben gehabt keine ahnung war drei stelle ein großprojekt flusstal fünf städte sieben städte sechs städte ich machen wir denn eigentlich ist noch gar nicht belegt grünwald 16 städte sonnenbucht sich ich kann mich gerade echt nicht für irgendwas entscheiden dass sich gerade schlimm meh es kann ich helfen ihr wisst ihr das sich gerade für ihre zu entscheiden 16 Stelle für Großbritannien. Wir nehmen einfach mal das hier. So. Region benennen. Wir benennen die Region. Warum mir das nicht gefällt irgendwie? Nee, das gefällt mir nicht. Ja, ich bin etwas wielerisch, was die Ausfahrt angeht. Wenn sie hören. Ich bin echt unentschlossen, was das hier angeht. Seebucht. Flustzoll. Ach, wenn doch einfach das für sie wird. War das jetzt das? Nee, es war... Was war denn das jetzt hier noch? Oh, was sie eben hatte. Genau. Das nehmen wir einfach. So. Und die müssen die Region benennen. Wie nennen die Region einfach... Ja, wie nennen wir die Region? Ich hab nicht auf die Zeit geachtet. Das ist doof, weil ich jetzt mit Traps aufnehmen. Das ist ziemlich groß werden dürfte. Und was kann ich das irgendwie? Ähm... Fluss... Regionen... Nennen wir die einfach. Achso, in die Baukasten wollen wir nicht. Weiter. Hallo? Weiter. Kann wir denn hier? Nee. 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 Das gefällt mir irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, komm, wir mal... Nee, 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 nee. Da bin ich echt... Wählerisch, was das angeht. Das ist toll. Okay, noch gar nicht hin. Ich hab vor kurzem eine coole Map entdeckt. Was hast du entdeckt? Die hatte ich in Street, bei der hier kurz. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Das hätt ich mir mal merken sollen. Oder vielleicht die? Ähm... Ich bin so unkreativ, wisst ihr? Bei der Region bin ich denn... Ähm... Ähm... Ding... Äh... Kirchen... Weiter. Was ist das? Nee. Ah, wie hieß denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, wie diese fucking Region heißt es, wie das? Nee, dreimal hat nicht. War das vielleicht nur das? Die nennen wir auch Flustzau einfach. Ich bin ja so... kreativ. Weiter. Was ist das? Nee. 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 Die Insel war das nicht. Ein Steppengedöns war das auch nicht. Was ist echt das? Ich weiß es nicht mehr. Das ist aber auch Grünwald. Die Region. Ich nehme das jetzt einfach das, so. Das beanspruchen wir jetzt. Region Grünwald, Oberbürgermeister, Fabi, Let's Play. In Tabirstal. Hört sich irgendwie an, als ob es irgendwie ein Café Sibirien wäre. Und ich habe leider kein bisschen auf die Zeit geachtet. Das kann ja toll werden. Babam, babam. Babam, babam. Babam, babam. Ich muss mal versuchen, das irgendwie mit OBS aufzunehmen, weil ich habe es versucht. Irgendwie, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und so, unsere Region ist erst einmal so eine Straße. Ich denke, das ist Zukunftsweis, aber Straßenbahn auf das kleine Kip... Na, tschuldigung. Ey, guck mal, du hast so kleine Gebiete und du hast... Scheiße. So kleine Gebiete und du hast so einen fucking Felsen hier, wo du nichts bauen kannst. Das ist doch wie so ein Kotzen, ey. Straßenbahn... Ey, brauchen wir auf jeden Fall hier nicht. Und ich denke, zukunftsweisend mit den ganzen... Straßen... Huch. Lass dich upgraden und so weiter. Deswegen baue ich erst mal ein Stückchen hier so. Stadtgründung genehmigt. Hey, freut mich. Gut, dann brauchen wir... Ah, ah. Brauchen wir erst mal... Bis hier. Und bis hier. Und bis... Da und bis... Da. So, ich guck erst mal... Gewerbe. Wohin fließt der Wind? Der Wind fließt... Der Wind fließt. Genau. Wind fließt. Das haben wir alle gelernt. Okay, dann muss ich die Gewerbe hier irgendwie gegen... Das Gemäuer nachher bauen. Ist da kein Problem. So, jetzt weiß ich erst mal... Wo geht die da aus? Zack. Zack. So, damit wir ein bisschen was für Arbeiten haben, baue ich ein bisschen Commercial hin. Also Gewerbe. Wo kann ich hier kein... Gewerbe bauen? Nein. Ähm... Wo kann ich hier kein... Gewerbe bauen? Wo kann ich hier ein bisschen was für Arbeiten bauen? Hä? Macht Sinn. Egal. Ähm... Wir brauchen auf jeden Fall eine Industrie. Und die bauen wir hier einfach mit so einem... Straß nach da. Zack. Zack. Aber jetzt ist... Aber jetzt ist natürlich... Brüfft durch irgendwie Energie oder sowas. Ich bin ja eigentlich eher ein Fan von Windkraft. Über 9 kmh. Brauchen wir hier hin. Zack. Natürlich brauchen wir auch Wasser. Zack. Dann brauchen wir ab Wasser. Ähm. Das bauen wir jetzt mal... Probieren. Bam. Und jetzt müssen wir jetzt mal hier dieses... äh... Gedöns hier bauen. So. Haben wir schon einen Bürgertort? Irgendwann ich genehmig. Was ist das denn hier? Was brauche ich denn dafür? Stellen Sie sich drum versorgen. Klar, es arbeiten da ja noch keine Leute. Deswegen... Weisen wir noch ein paar Wohngebietchen aus. Wo kann ich denn hier nichts bauen? Warte mal. Aha, Straßen kann ich nicht bauen. Das macht ja... Sinn. So, aber nachher erst. Wieder, wenn ich ein paar Einwohner habe. Gehst du was bauen? Ey, immer. Noch nicht. Okay. Deswegen auch immer ich da nichts bauen kann. Das ist auf jeden Fall ein Rätsel. Brue ich noch ein paar Wohnflächen hin. Die sorgen schon für Steuern. So. Äh. Äh. Geschlossen. Wir stellen neue Leute ein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann solltet ihr mal wahr. Die brauchen Strom. Die brauchen Strom. Die brauchen Strom in dieser Stadt. Ja, dann... Die arbeiten. So. Schön, der Hauptschuss, was mir jetzt hier upgraden tut. Alter. Ich baue jetzt ein... Die kann ich auch nichts bauen. Ja, komisch. So. Vielleicht schienen die da jetzt ein. Ja, ja, ihr Pipa-Poibro-Strom. Ja, je. Keine Ahnung. Geh nicht prostituieren oder so? Ah! Stromversorgung. Na, Civo-Play. Uh, nein. Ich bediene gleich mal ein zweites. Ich weiß, das ist alles Bullshit, was ich jetzt hier mache, aber... Die brauchen Strom in dieser Stadt. Maaah. Ja, ja. Ab doch jetzt. Strom. Da. Überschuss. Ah. Na, bitteschön. Wir haben Strom. Dann müsste ich doch auch eigentlich gleich... Das... Gemeindehaus bauen, aber noch nicht genehmigt, deswegen auch immer. Wo packen wird... So knallpacken, klatschen, wenn das Gemeindehaus hin... Jetzt haben wir es nämlich gemäblich bekommen, sehr schön. Ich würde sagen, dir so, ne? Es war wirklich nur Gemeindehaus, ey. Bäm. So. Sehr schön. Geschlossen. Ich stelle neue Leute ein. Vergabe einen, ja. Sehr gerne. Und das nenne ich auch wie im Stream. Und wie auch die Stadt, die ich testweise gespielt habe, aber zum Beispiel schon gesehen hat. Benhausen. So. Okay. Sehr schön, meine Damen und Herren. Geschlossen. Ich stelle noch einen Mitarbeiter ein. So. Ähm. Bim-bim. 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 Ähm. Bisher wird es noch nicht beschwert. Das ist schon mal so weit, so gut. Bei der Arbeit. Bei der Arbeit. Ich baue noch. Gleich ein bisschen. Hier von hin. Und jetzt heißt es eigentlich nur warten. Ich muss hier mal schnell machen. Sonst zieht sich jetzt alles in die Ewigkeit hier. Oh mein Gott. So. Love, Final Sims. Lauft. Bro, das ist wie so verpixelt. So Super Mario ähnlich. Hä? Stehe ich nicht. Was sagt der denn hier? Schatz. Ich koche mein Lieblingsessen. Lama kriegst Marmelessen. Das freut ihn mal noch bestimmt. Was will der denn hier? Ja.